hallo und willkommen zur neuen folge minecraft heute sind wir wieder bei survival folge 2 heute haben wir einiges vor unter anderem ein bisschen ausbauen und ein bisschen eisen fangen nein eisen holen natürlich ich muss noch herausfinden was für einen texture pack ich nehmen soll ich merke ich habe wenig fps ja ich verstehe nicht wieso 17 das war zu groß okay heute sammeln ein bisschen eisen am besten in eine höhle wenn sie irgendwann eine hat also wenn wir keine finden dann ist auch gut aber egal okay wir könnten auch noch ein paar schaffe töten für essen und natürlich können auch noch kakao farmen machen ziemlich gut hat man nicht mit der hand gleich schnell ab nicht mit axt schneller jetzt noch schwein oder ein schwein ok oh mein gott ich habe ein dschungel tempel gefunden so cool das ist ein screen schott wird oh gut dann mache ich nachher ok da haben natürlich sehr viel moos steiner hier unten ist und wir haben hier ein spender und redstone ich wusste es zu glück das ist dann noch gut ich glaube dort hat es noch eine kiste aber ich bin zu faul ich baue einfach effizienz 4 schaut euch das an jetzt noch klebe kolden gut ok ok wir erkunden das später nochmal hier hier hat es so jetzt eine felswand nochmal prüme ja egal wir gehen mal nach hause kakao haben wir gesammelt ab nach hause ab nach hause ich schau mal was finden da habe ich noch nichts denen den boten könnte bald verstauen so eine kiste das reicht eine kiste gut ja noch ein paar fleisch dann das können jetzt brennmaterial benutzen das ok stein ich meine ich brauche eisen ok ich denke mal jeden tag kommt eine folge hoffe ich ja ich hoffe ich sehe noch was nein hier sieht man nichts ok dann würde ich sagen nach oben ja wenn wir also nichts finden dann sind wir auch nicht so ist das sprich wurde ok hier sehen wir noch einen riesigen baum dann bauen wir natürlich immer noch ab ok ähm was wollen wir von untergrund ja erde brauchen wir natürlich noch untergrund ist natürlich nicht erde einfach braucht erde ok ok so ich denke mal das genügt dann können wir natürlich uns das eis noch abholen drei stück schon ok das lassen wir natürlich hier ich habe einen plan wir können uns schon was machen eisen 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 schaufeln achse machen wir später ok äh könnte noch eine achse machen egal bei ich bin ja ich spreche was mieses äh ich spreche aber immer hier umgehen wir das zeug hier nur ich könnte noch eine schere machen die alte gute schere hilft uns sachen abzuschneiden und sie dann zu willkommen und schneller abzubauen ok also die ranken die plafen etwas länger ich habe immer ne heißen ich verstehe mal mit dem müll hier rein rein das sollte genügen dann macht das ganze 1 bis 1 was spreche ich vielleicht wird es zurück in verwirrt das heißt nichts gutes nein braucht er noch was okay das ein ende meine ich bin schütt nein noch ein ende perle ok da haben wir noch mal glück gehabt schau mal was haben wir noch nichts spezielles wir sagen wir kommen den boden weg nein ich mache so eine baustelle eigentlich doch ich spreche wieder mal so ok konzentriert ok ich denke wir bringen das noch in dieser folge fertig nein hier nicht okay nur noch diese schicht dann sind wir schon bald fertig das wird unser gemütliches haus den ganzen wald aufzuholzen das dauert auch noch was ich natürlich überspringen werde damit ihr nicht löpfen müsst ok die andere muss ich weg tun packen ich brauche auch noch ein bisschen Gras ach bin mir gar nicht sicher ob ich Gras brauche vermutlich nicht ach mal schauen wir mal wie lange das noch dauert hoffentlich nicht oh Mist ja kaputt aber zum Glück haben wir natürlich noch genug Holz okay gut ähm das die ganze erde steht da noch rum dann noch so alles mitnehmen einfach alles so ach gut okay ich will mal sagen wie ich bin jetzt mal die Folge damit wir uns das nächste mal sehen das sperre ich noch mal ab damit niemand rein kommt so und dann hier das Loch noch zu machen und so ah falsche Taste hab gemeint das ein Loch okay ich würde mal sagen ciao Leute wir sehen uns das nächste mal ciao hey hey